so die Eingangshalle da sollte ich mal schon naja es geht darum wegen Spastro stimmt auch meine Orkades bleibt dabei gibt es eigentlich irgendwelche Rundschaften noch letzten Mal die wir machen könnten ein Sieg dieser gibt die gibt es in dem ganzen der wille kannst du er er ist die Tüte im Schutzanzug aber er hat den der noch gibt die lassen Borgalle bei der eine bestimmte Anteil sammelskriston achievement oder das wieder depressiv ich hätte gerne niedergeschlitzt nur ganz traurig nicht warum ist er ein bisschen das wäre wenn man das ist sehen wurde wie im Dings wie im in diesem Trailer oder übelst viele stehen er stellt mich da das der doch ist was machen geht an die Tiz das ist die Torheit mehr ist ja das die Tür geht dann so auf wie sie zu bis kommen rein das war bestimmt war spannend wenn du das erleben würdest er wird die die Gäste erklärte besser als beim letzten Mal gefällt haben das ach so ja 1 die getroffen wie getroffen waren in die Zähne hätten können ich nehme den vornal Leer Troll und dabei ist es recht gut dass wir uns über das schießt immer ganz kurz drauf dass das Ding wieder sonst wo Mordkühle scheiß das Böder hat gerotzt aber da hat mir die Gäste und Geräusche in der Gemeinde da muss gerade bestätigt und es gab gerade geklärt zu ihr stören manchmal gut wenn die Welt und die Geräusche da aber die sind wieder weg ja ich schiebe ich versuche einfach wenn du es aber das einfach und wenn ich dann nicht rede dann ist es nicht so schlimm dann wurde aber bis wieder weg ist ich weiß noch nicht woran es liegt der Komet so dass ich mich nie wieder davon wenn ich mich nicht selbst wieder dran eigentlich soll das erzählen wir haben gefällt das haben wir aber nicht hochgeladen weil sonst welche Probleme gehabt und wir haben es geschafft oder besser gesagt ein Bot hat es geschafft sich in den Tod zu stürzen das haben wir selbst noch nie gesehen also das ist nicht Rätsel dass sie das können also also für uns ist Rätsel aber die Endeffektung kommen daher aber die Botswürden aber bleibt auch wenn er wir sind die Kilo Tor der Presse 1 nachdem du bist du schon hast dann sagt er noch aus und wird so ein weiterer um brennen dann wie beim letzten mal aber auch gut weil ich hab' jeder gesehen aber und schlitten kannst du dir wahrscheinlich nicht du musst du dir er braucht die BIPO was auch auf der Kölge sind jetzt wo beurte Prozent aus vier Prozent der etwas können da kann sie aus der Luft abwehren da hat ein Gott kommt es einfach ein streichter Ausdruck ich stehe im Moment drücken da haben wir keine Chance sind freundlich fachgerecht soll liegt so wie immer ich halte ja auch mal ein befreundes geschickt passiert es kann ich wieder alleine um es will nicht sich mit seinem betont ich werde über den Tänk ich will sehen aber nicht beben also sind dass der da bebt wenn jetzt hier irgendwas loswerden ist oder etwa das bei mir oben kann der Kanister kaputt machen wir können da nicht Stimmt da reist ja auch aus dem vorhandenen Punkt der es nicht gibt also da ist einer Stelle immer noch er oder sonst was ich weiß es hätte er in drei getötet hat und ich kriege den Stein in die Grösche also da schaust du so zu tun das haben dann später so sieht es die Gäste der volle Tröhnung der Stuttgart oder Tröhnung reingeknallt wird schnell ist nur drei Prozent der Kälte weil wir hier oben alle vier ich komme mit er musste hoch dann wird runter es war immer noch mal kaum wenn es scheiße wo muss man für das Video ein paar andere Waffen nehmen scheiß drauf da kann es durch machen weil es da ist mal egal weil so hinten bleiben ich hatte bei alle Bede an alle Bede alle drei ihre 4 macht scheiße die wirtschaftliche Akteisterung zu springen ja über solch sie weiß gebrochener ist auch mal egal das Bumor Galle da würde er ausdrücken Köln wenn er jetzt so weiter läuft dann haben wir uns ziemlich schnell geschafft er ja auch wenn er ist doch immer noch sterben Aroschelle Scheiße schafft er wird schon Vorsicht durch die Kanister schießen ist es noch mal passiert er hat wieder erhalte halt der einen bereit also ein Kaisi Brüscher wenn wir die Botschaft bekommen dann können wir einstellen er ist kein sein Willen Brüschel Brüschel wir werden die schlägt die Ecke mit geklappt aber keine ganzen Zeit im Sprung Vor allem, wie schnell das jetzt eigentlich ging. Ja. Die Überlebenden konnten fliegen. Coach als er selbst. Da ist der Player. Als Nick. Roschel. Als sie selbst. Gott sagt ihr. Als Alice. So, wollen wir mal das Ding hier. Das gucken wir uns ganz bestimmt nicht an. Das ist viel zu lang, weiß ich. Ja, na gut. Bei dem kurzen Stück gerade brauchen wir es auch. Bei den anderen können wir es ruhig machen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Kapitel. Ja, bis dann.